Ja, hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, heute reden wir über Elias Giri. Ja, der 1. FC Köln hat sich zu ihm geäußert, denn sein Vertrag läuft ja 2023 im Sommer aus. Und natürlich ist Giri ein extrem wichtiger Spieler für den 1. FC Köln. Gar keine Frage, wenn nicht sogar der beste Spieler, den wir zurzeit haben. Wir haben ja auch jetzt letzten Sommer Salih Özcan verloren, der ja auch da auch schon ein wichtiger Spieler für uns war. Und deswegen war es umso wichtiger, dass Giri eben bleibt. Allerdings wäre es halt auch wichtig, ihn jetzt zu verlängern. Wenn das nicht gelingen sollte, wie gesagt, der FC hat jetzt ihm auch schon ein Preisschildchen umgehängt, sage ich mal. Ja, allgemein will der FC wohl 6 Millionen haben. Finde ich persönlich sehr, sehr wenig. Also für den wichtigsten Köln-Spieler nur 6 Millionen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Finde ich persönlich. Also ich hatte echt gedacht, so 2, also so, dass man mal 10 Millionen sagt, das ist unsere Schmerzgrenze oder unser Mindestgebot oder wie auch immer. Das hätte ich persönlich besser gefunden. 6 Millionen. Und ich verstehe es halt einfach nicht, weil irgendwie verscherbeln wir unsere guten Spieler so, die man auch mal wirklich, ja auch gut verkaufen könnte, sage ich einfach mal. Die verscherbeln wir halt einfach so. Das finde ich halt ein bisschen schade. Trotzdem wäre es auch egal, ob er jetzt den Giri verkaufen würde oder nicht. Trotzdem würde ich mich natürlich freuen, wenn er bleiben würde. Gar keine Frage, weil, wie gesagt, Skiri ein extremst wichtiger Spieler ist für uns. Wird es einfach, ihn zu halten? Nein, ganz klar nicht. Denn was kann der 1. FC Köln denn ihm noch bieten, sage ich mal? Gerade jetzt, die letzten Spiele haben eigentlich nicht gezeigt, warum Skiri das Interesse beim 1. FC Köln haben sollte, noch zu verlängern. Wir sind in der Conference League ausgeschieden in der Gruppenphase. Wir sind im DFB-Pokal direkt in der ersten Runde rausgeflogen. Wir haben auch gerade jetzt am Ende der Bundesliga eher um den Abstieg gekämpft, als um irgendwie Europa oder so. Also wie gesagt, ein Skiri, der hat garantiert auch Angebote, da kommen wir gleich noch zu, die deutlich weiter oben sind, die auch um deutlich mehr spielen, sage ich mal. Also von daher ist das sportlich schwierig, da dem Skiri irgendwas zu zeigen, wo er sagt, ey geil, auf jeden Fall, ich unterschreibe das Ding auf jeden Fall und kann mir hier vorstellen, noch weitere 2 Jahre beim FC zu zocken. Das ist dann halt schwierig. Wenn du halt sportlich da nicht wirklich jetzt die letzten Monate überzeugen konntest oder jetzt die letzten Wochen, dann ist das natürlich extrem schwierig. So, wie gesagt, es gab jetzt ein Angebot, oder zumindest ein Angebot, weiß ich jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall das erste Gerücht, dass Borussia Dortmund an Elias Skiri interessiert sein soll. Ja, Dortmund holt sich wieder. Vielleicht einen vom 1. FC Köln. Sie haben ja auch diese Saison noch sehr, sehr wenig vom FC geholt. Anthony Modest, Salih Ötchan. Da soll doch mal einer sagen, die Bayern würden die Liga kaputt kaufen. Also, so viel zum Thema dazu. Ja, fände ich natürlich nicht gut, wenn Dortmund sich den nächsten Kölner holen würde, gar keine Frage. Aber wie gesagt, der FC ist leider auch in einer finanziellen, nicht so guten Position, wo sie halt dann auch die guten Spieler verkaufen müssten. Klar, jetzt im Winter wäre es natürlich extremst bitter, weil erstens hast du im Winter meiner Meinung nach nicht so dieses Transferfenster, wie jetzt, sag ich mal, im Sommer. Also, du hast da, wie gesagt, wenig Vorbereitung. Ein Spieler muss eigentlich dann auch direkt funktionieren, weil es halt auch direkt dann weitergeht. Das hast du im Sommer eben nicht. Im Sommer hast du da wirklich auch Zeit, den Spieler, nicht nur einen Stürmer, sondern auch einen Spieler, halt wirklich auch, ja, zum Verein zu bringen, da kann ich die Stadt anrufen und so weiter. Also, du hast einfach viel, viel mehr Zeit, da irgendwie, ja, da reinzukommen, sag ich einfach mal, ja. Und das hast du im Winter halt nicht. Was wäre, wenn Skiri jetzt sagt, oder sagen wir mal so, wir blocken alle Angebote im Winter ab, das heißt, Skiri bleibt noch bis Sommer. Ja, dann spielst du halt mit dem Feuer, ne. So kannst du im Winter rein theoretisch noch gute 6 Millionen, auch wenn die meiner Meinung nach trotzdem zu wenig wären, 6 Millionen holen, ja. Und du hättest dann wieder 6 Millionen in der Tesch, die du halt, ja, irgendwie anders verwerten kannst. Andererseits hast du dann halt wieder einen wichtigen Spieler abgegeben, gerade auch im Mittelfeld, wo wir, oder was auch wichtig ist, dass das gut besetzt ist, gerade wenn wir, wie gesagt, so viele Verletzte haben, ne, bist du dankbar über jeden guten Spieler, den du in deinen Reihen hast. Oder du gehst halt das Risiko und sagst halt, nein, wir bleiben da hart, wir geben ihn nicht ab. Und dann geben wir halt das Risiko, dass wir am Ende ihn ablösefrei abgeben an irgendeinem Verein, sei es dann Dortmund oder keine Ahnung. So, und dann hast du halt am Ende nichts, sag ich mal. So, der Spieler geht dann trotzdem und du hast halt nichts. So, dafür hast du aber vielleicht den Klassenerhalt sicher gemacht und du hast halt dann, oder dir gelingt es halt doch, Skiri noch zu überzeugen, den Vertrag halt dann doch über ein Jahr nochmal zu verlängern oder auch vielleicht über zwei Jahre noch zu verlängern. Ja, also du hast dann natürlich auch nochmal vielleicht den ein oder anderen, ja, wie gesagt, das ein oder andere Gespräch mehr, was dann vielleicht dazu führt, dass er dann doch den Vertrag unterschreibt. Ja, schreibt gerne mal eure Meinung zum Thema Skiri in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Was sagt ihr? Würdet ihr ihn im Winter verkaufen für die 6 Millionen, sei es an Dortmund oder, keine Ahnung, an irgendeinen anderen Verein aus der Premier League oder so? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Oder sagt ihr, nein, wir müssen ihn auf jeden Fall halten. Wir müssen versuchen, ihn irgendwie noch den Vertrag zu verlängern. Oder halt dann, wie gesagt, wenn es eben dann so ist im Sommer, dass er dann eben ablösefrei geht, dann ist es eben so. Aber trotzdem haben wir dann den Klassenerhalt sicher, oder was heißt sicher, haben wir ja auch nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, wenn Skiri da ist, dass wir den Klassenerhalt auch schaffen, als wenn er jetzt nicht da ist. Schreibt da auch gerne mal in die Kommentare, was würdet ihr jetzt machen, wenn ihr die FC-Verantwortlichen wärt? Würdet ihr versuchen, mit Skiri weiter zu verlängern? Oder hättet ihr da zu viel Angst, dass er dann im Sommer ablösefrei geht und ihr würdet eher ihn im Winter noch irgendwie verkaufen und zu Geld machen? Ja, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich mal sehr interessieren. Wie gesagt, ich habe da persönlich jetzt echt, ja, es ist ein schwieriges Thema, wie ich finde. Und andererseits finde ich halt einfach auch die 6 Millionen zu wenig. Also ich persönlich finde halt, dass man da, also ich hätte nicht 6 Millionen gesagt, ich hätte gesagt, für 10 können dann haben, dann haben wir auf jeden Fall gut Geld gemacht. Und dann wäre es auch leichter zu verschmerzen, dass er dann geht. Aber die 6 Millionen, hm. So, andererseits, wenn er im Sommer, oder wenn er nicht den Vertrag verlängert und er im Sommer ablösefrei geht, ja, dann hat man gar nichts. So, vielleicht den Klassenerhalt, wie gesagt. Aber, ne, Skiri konnte man dann, hat man dann ablösefrei ziehen lassen. So, oder, was meiner Meinung nach am besten wäre, wäre einfach, wenn er verlängern würde. Das wäre einfach so die beste Sache, sag ich mal. Aber es ist einfach ein schwieriges Thema, deswegen schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich mal sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, jetzt kommen auch bald wieder mehr Videos, auch jetzt am Wochenende wird ein Video kommen. Deswegen, ähm, ja, geht jetzt wieder so langsam weiter, jetzt hier auf dem Kanal hier. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, den Kanal zu abonnieren. Und bis dahin, macht's gut, euer Niklas. Und ciao.